So, heute soll ganz standesgemäß dann nochmal der Tannenbaum abgeholt werden. Dafür haben wir vorher mal den Porsche eingepackt in Weihnachtspapier. Wir sind noch nicht ganz fertig, aber gleich, wenn wir fertig sind, kommt noch der Baum aufs Dach und dann kann Weihnachten losgehen. Wir sind noch nicht. 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 Wir sind noch nicht.